Hallo und herzlich willkommen zu Layers of Year 2 und damit... Wir! Wir spielen Layers of Year 2, das hab ich gerade gesagt. Scheiße, weiter. Akt 2. Die Jagd. Oh ne, das war doch mit dem Verfolgen, oder? Och, ne, leck mich am Arsch. Oh ne, doch nicht. Okay, gut. Das war die andere, wo die eine Puppe da angeleuchtet wurde. Ja, sehr realistisch. Das ist definitiv der Druck von irgendwelchen komischen Öfen hier. Ja, ja, ich dritte hier noch mal. Ja, doch alles sehr realistisch. Darum geben die Lichter hier eigentlich immer nur so so so. Ein- und Pissfleck Licht ab, Alter, was sind das Verlichter? Karra, wir sollten hier mal lieber hier... Ja. M. M. Und nö. Wir drehen jetzt um, gehen zurück, und suchen uns eine andere Spiegel aus. Dem geht's nicht gut, lass das. Was kommt wieder auf sein Himmel? Ich wollte gerade sagen, ist das ein Schwan-neck? Ich glaube, es ist ein Schwan-neck. Achso, ich glaube, wir müssen da auch schon mal hingehen, oder? Nee, müssen wir gar nicht. Komm, wir müssen da hingehen. Äh, wir gehen jetzt mal da hin. Hi-Five! Okay. Ich glaube, ich habe eben die Hand gebrochen. Also die dritte. Hallo? Oh, nee! Nee, 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 nee! Warte doch, nicht noch, lauf! Ich wusste, dass es wirklich hinterherkommt. Ja, natürlich kommt die Scheiße hinterher, Mann. Was soll denn sonst passieren? Lauf weiter! Oh, Gott, das ist wohl jetzt auch nicht die Scheiße. Okay, die Tür geht nicht. Oh, das sollte so. Das ist gerade der Zeit. Niemand auf. Was soll denn das so lange her? Ich glaube, es ist übersteuert einfach. Ich glaube, es soll nicht noch auf, ich glaube, es soll nicht auf. Wieso gehen wir nicht einfach jetzt an mir vorbei? Dieses Mal ziehen wir nicht aus und gehen weiter. Das machen wir uns so schnell. So schnell ist nun weh. Ich bin nicht mehr von einer ganzen Pisse höher. Heine Schnauze. Ich rede mit dir nicht. Muss du da oben gehen? Nein, wir nicht. Weil ich mache schon mal. Da hast du ein Pissspiel. Ich sage mit dem Mann. Ach, kommen. Nein. Einmal, einmal cool sein. Ja, vielleicht geht es ja auch gar nicht so richtig weiter, wenn wir den Arsch noch nicht freigereiten, den hat die Hand noch nicht ausgezogen haben, da. Es will jetzt, dass wir nicht die Hand geben. Und diesmal wartest du nicht, bis der um die Ecke kommt, sondern du machst. Oh. Die Pfote. Oh, der Kopf. Ja, mach den schon. Nicht bewegen, ne? Der Ege wird so richtig fett gemoved. Die war noch mal crouchen. C? Alter, siehst du, dass du da sehr schnell hinkriegst? C. Wenn er auch ein bisschen der Herr kreut, dann hat er den Typ zugemacht. Hallo? Hallo? Nee, nicht so. Wenn du es irgendwas im Schacht ankriegst, ne? Alltag, ich kann hier aus Pult. Ich kann es nur überlaufen. Ganz ehrlich gesagt, ich hätte es sogar noch beim Abwischen. Die andere gibt es überall Schächte und irgendwelche Verträgeräte Räume, wenn es ist, scheiß kapiert, die ganze Zeit in der Tegel, ich bringe die um. Und jetzt, wie bitte. Das ist alles. Weil es irgendwas im Schacht auf jeden Fall. Okay, wie geht es mit dem Anderen licht been? Ich würde sagen, mir bleiben. Ja, nein. Ich bin mir gesagt. Herzlich willkommen bei den Schacht sector haben. das ist das ist das ist das ist über meine Oma irgendetwas und die ganze Zeit verfolgt Pauli wie soll es so um alles zu hohen anbieten ich habe die die im Spiel Paulin immer es gibt eine Welt neben der unseren verborgen Hütte einem schwarzen Nebelschleier vor uralte Wesen weilen wo nicht Prozent unsterblich unvergänglich und so sie bewegen sich unter uns und gesehen aus so sie wollen bis aus sie wählen dich ja geil alle die haben gewählt da ich bin Präsident einen sterblichen Menschen die ihre Grausame was ach so ich war grad verwirrt ich hab ein nach Laune verwendet das Spielzeug das sie wegwerfen sobald es langweilig wird höre ihnen nicht zu spiele nicht ihr spiel der preis ist viel zu hoch vorsicht mit deinen großartigen talent mit deinen großartigen Fähigkeiten vorsicht nun da ihre wahren Gesichter erblickt hast dich erwartet nicht als nichts als Wahnsinn und Tod so mal welche Pisslänge sinken hier eigentlich die ganze Zeit manchmal werden Dinge zurückgelassen und hier ist ein ganz schlimmes Wort das muss man unbedingt groß schreiben grauenvolle Objekte mit rätselhaften Zwecken fürchte sie ebenfalls denn sie sind eine Manifestation ihrer boshaften Gegenwart ich hab dauerhaft in der Haut gerade recht gescheitert sind schon wieder sind schon wieder bei den Mäusen angekommen wie im ersten Teil weil auch eine Rattenplage wird Ariel die Meerjungfrau eingeladen was ist das egal oder so oder ein Stuhl die E-Mail-Radi oder was so die Scheiße mit b und vor allem hergekrochen mann so zu überfüllen wer gibt es Das war jetzt so geil, ich hatte zum Logener. Nee, das ist unser Rückzugsrug. Nee, geht los. Nee, der Pisser macht die Tür zu. Natürlich macht der Pisser die Tür zu. Ach, hier sind wir wieder. Welcome back. Äh. Ich hasse und die über dieses Spiel. Okay, hi. Na, na, äh, hi. Ah, okay, also männlich. Das ist das Bild aus dem ersten Teil, oder? Hallo, Schnicke, darf ich mal an deinem komischen in der Tempel hier vorbei, oder? Oder das ist wirklich, mit einem Hanfkräuter, die hier von der Decke hängen, oder so, ist eine Nuss. Aber, ähm, Du hast einen Zettel für mich, das ist schön. Okay. Hey, ich nehme mal, ich, äh, danke. Seite oben angerissen. Abgerissen. Das ist sehr gruselig jetzt. Ich habe jetzt gelesen, Ich habe jetzt gelesen, Ich habe mal, ich habe, was ich jetzt hier war. Der deutsche Korrespondent. Warum ging es eigentlich noch mal? Ich habe mich zugehört. Egen Künstler. Ich habe mich gerade mit Kurs beschäftigt, deswegen, das gefällt mir, oder? Prozent warum ist Kinder Stimmen das war doch vom letzten Mal wo wir dieses Boot hatten da du auf dem Boot war mit die Kinder hier Prozent aber hier liegen Tausende mehr tausend nicht über 10 20 10 20 verschiedene richtig krasse Teller was kraft sie an den ästlichen Apfel geriebt der seit 80 Jahren da oben und dann hat sie in Erinnerung nicht von ewigen tollen riesigen Tellern von denen irgendwelche Könige oder sowas hört nein sie hört irgendwelche Kinder von einem Akt Apfel geriebt im alten das läuft falsch bei der Ollen wir sind bei wir haben wir sind ja genau da soll nur in den Schlüssel reinstecken oder was alle weil der Roller haben mit der genau die Runde ja ich mach doch gar nicht an der Schatten also ich will muss dann mal hier in der Ecke was gucken jetzt mal ist es so dass es schön die Türen wie es kürzlich ja ich wird bestimmt zu der box hingehen Oh, es schmerzt! Aber es sieht aus, dass jemand einen Ball hat. Oder etwas. Komm, wir warten nicht, dass es zurückgeht. Ja, das ist eine gute Idee. Wir warten definitiv nicht, bis es zurückkommt. Oh, warte, hier fühle ich mich. Ich fühle mich jetzt in Schächten sicher. Einerseits wollte ich nur das fichtige Idee herkommen. Andererseits kriegt ihr irgendwas anderes hinterher. Das finde ich auch eine gute Idee. Wir machen einfach nur zu. Ich musste einige Käfige verstärken. Irgendetwas hat die Tiere ziemlich verängstigt. Vielleicht spüren sie, dass das Gewitter bevorsteht. Ich muss die Schotten dicht machen. Das ist ein gewaltiges Gewitter. Warum nimmt sie sich nicht den Schraubenzieher? Sticht das hässliche Fickvieh einfach mal ab, wenn es vorbeikommt, Alter. Ja, ne, die würde Kisten entdecken und muss dann erstmal ihre Briefchen lesen. Guten Tag! Guten Tag! Hallo! Soll ich jetzt anwenden oder was? Nummer 3. Nao, Weckerts-Kompany. Nao, Weckerts-Kompany. Wir haben Nummer 3 bekommen. Äh, du sag mal, die Tür ist auf, ne, du kannst so einfach, also du musst jetzt nicht. Na, du Pissin. Alles gut, da unten. Äh, du sag mal, äh, machst du jetzt hier Kamehameha oder so? Dann müssen wir nämlich die nächste Vollgarten machen. Okay. Ich fühl mich so unwohl. Geil. Das gebe ich nie wieder um. Äh, gehen wir jetzt hier lang? Jetzt ziehen sie Paras, oder? Da geht's hoch. Ich möchte hier lang. Ich möchte hier doch nicht lang. Feale und Co. Dienstleistungen, Hundetraining plus Zustellung, 225 US-Dollar. Anmerkungen, Käfig plus Inhalt an das Deck für Trainersupport geliefert. Minimale Fütterung, wie gefordert, mit Vorsicht vorgehen. Wo? Wo ist er jetzt? Das Licht ging anders, das heißt, er wird ja irgendwo hier oben laufen, oder? Er ist ja dann, er ist ja der Leiter. Nee, er steht noch rum. Okay, Gott sei Dank. No, safe steht gleich vor uns, so wird sie hochgehen. Oder hinter uns. Ich hab, ich hab dieses Geräusch gehört, dass er sich bewegt hat, oder auch nicht. Okay, Gott sei Dank. Du Pisa. Komm mit unten rein? Es gibt Sachen zum Verstecken? Müssen wir gleich wieder irgendwo weglaufen? Kannst du nicht einfach ein bisschen umgucken? Bücherchen lesen? Oh mein Gott. Ich mach dich kaputt. Okay. Hallöchen, also das ist ja wirklich ein sehr schönes, äh, äh, Kunst, was sie hier, äh, so, dass in Lampen sollen, wo es ist, sind das Babykörper? Ach du Schott. Warte mal, bewegt sich der Kopf? Und ich hab's tippen. Oh. Es sind Babytippen. Oh, ne, ne. Wir müssen irgendwo langlaufen, gleich. Das ist ein Baubaus. Seh mein Baubaus. Den Hund bitte rauslassen. Hier ist so. Warte mal, wenn ich aufmache, ne, dann gehen alle Sachen hier wahrscheinlich auf und ich muss hier durchlaufen. An den Hund nur sowas vorbei. Ich sag mir bitte, das ist hundersohn. Ja, gut, man hat jetzt nichts gesehen, also weil es jetzt nicht so schlimm war. Das war zu... Das ist aber schlimm. Das war zu erwarten, würde ich sagen. Wir fahren bitte diesmal alleine in den Fahrstuhl. Ich würd mich gerne anschließen. Ich mein, da sieht eigentlich ganz gut aus, was ich mache, ne? Das ist nur eine Boyband, oder? Also ich, äh... Everybody. Okay. Du hast angefangen. Ich mach ihm mal zu, damit es doch gut geht und so. Ich, äh... Also ich geh da mal doch, äh, ein weiter, ne? Aber ich mach mal vorsichtiger dazu. So, ich lass ihn mal auf. Äh... Ja. Ich lass ihn mal auf. Äh... Ich lass ihn mal auf. Äh... Äh... Da wirst du eh. Der Da kommt der jetzt plötzlich hin... woher? Die Gelsang sind. Scheiß auf den Kack, Kehr. Ich will mal nachlecken. Äh... Was ist mit verarschen? Du bist mit? Verarschen? Ick rüber. Ich wurig! Ich nahm die Schreiber. Und ich hab' immer mal ein Arschlecken. Schau, da ist etwas da. Was ist da? Kannst du es nicht sehen? Nein, das ist nicht was ich sah. Ja, aber das ist das, was ich gerade sehe, du Pisser. Nichts ist wie es sieht. Das ist das, was ich gerade sehe. 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 Oh, das ist das Fenster. Es ist eine Platte hier im Flachen. Das ist das, was auch ich gerade sehe. Das ist das, was ich gerade sehe. Wieso schmeißen muss ich selber einfach unten rein? Ja, also ich wünsch viel Spaß. Ne, falls ihr weglaufen müsst. Das Feuer war so schön warm, warum sind nicht da geblieben. Hä? Das haben wir nie gemacht. Sind wir zur Zeit im Kreis gestanden? Sieht so ein bisschen so aus. Was? Paint. Anti-Gravity! Das war das gerade für ein Vieh. Das war das Vieh. Oh nö. That's slow. Von Leitender Sicherheitsbeauftragter an alle Betroffenen. Ich wurde darüber informiert, dass Teile der Crew ihren Unmut über die neue Rationierungspolitik geäußert haben. Ich möchte sie daran erinnern, dass diese als direkte Folge des Hilfehaltens an Bord dieses Schiffes eingeführt wurden. Wir brauchen das Klopapier und die Nudeln. Corona ist sehr hart. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Diebstahl bleibt nicht unbestraft. Eine Pandemie ist ausgebrochen. Eine Pandemie ist ausgebrochen. Kann ich durch die Wand, dass das andere benutzt? Das ist okay dann. Okay. Nichts guckt uns an. Was ist da gerade kaputt? Ah. Ah. Das ist ja auch. Ja. Oh m man, sonst sagt sie so. Hey. Oh m? Oh. Oh crap. Oh crap. Oh crap. Oh crap. Oh crap. Okay. die fresse oder was ist das jetzt hier ach so warte mal das war letzte folge sind wir hier gewesen haben das einen gemacht haben diese bilder durchgeguckt mit der tür war es noch und so sind wir die fabrik gekommen ja das ist also das ist ich bin begeistert das ist ein kind also ein echtes bitte nehmen wir mal wieder farbe das ist keine frage so ist viel besser solch eine gelegenheit solch eine verantwortung zu befreien was so lange gefangen war ich kann es ja auch hören am käfig rütteln endlich auszubrechen ich hätte gesagt dass die ausgelassen das ist ja auch gern ich will nur reden du musst wahrscheinlich das Drecks hier anlocken jetzt mit dem komischen Kackbild und darfst danach dann laufen wir sind so wie ich dachte ich muss im grauen hier raus oder auch nicht und er macht bloß schnell wieder fahre muss ich währenddessen laufen oder so nee muss ich in ihn reinlaufen ist hier was anderes wenn es grau ist kann ich in den Mundlaufen ja wir geben es einfach auch kommen wir sind sowieso vor 28 Minuten das ist das ist jetzt egal wir schaffen das in der nächsten Folge oder versuchen sie in der nächsten Folge schaffen weiß ich nicht ich mache es mal wieder wir sind es beim nächsten Mal wieder wenn es wieder heißt leer so viel zwei heute rein und tue tue tue